Alles klar, schwarze Bildschirm abgeliefert Vorräte sind voll Oh, du hast so wenig Geld, ne? Kann ich leider nicht von mitreden 69.000 Ich hab fast 900.000 wieder Also ich geh aus dem Bunker, Lukas Was machst du? Was ist denn Laune? Ich geh eben aus dem Bunker, ich will irgendwie mal gucken, wie ich Kodo zusammen bekomme Was ist denn bei Onlineoptionen Gratulation, Laune zu Fuß, Laune, Devin, Zuschauer, Laune Wettquotenformat, hä? Das Minusquote, Buchquote Selbstmord 500$, was? Ich will das kündigen Okay Okay Ich hab mir zwei Zweisitzer gebraucht Alles klar Hallo Ja, was denn? Ich glaub du hast ja ne Machlo gesagt, du hast ja ein Dad Ja, ich glaub auch Ja 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 Ich denke mal, jetzt könntet ihr mich einladen Versuch's Mal letzte Woche nicht mehr in der Mission Deswegen geht das Vielleicht Ne, ich kann nicht Mir geht's nicht Ne, mir geht's nicht Alles klar, schließt mich halt ab Okay Naik und ich haben letztes Mal eine Stunde lang Nahkampf gemacht Eine Stunde lang Alter Sonst langweilig war's Und jetzt punch wieder am Arsch der Welt Richtig jetzt? Ja Alles klar Ich hab dich grad gesehen Lukas, wenn du sagst, der eine ist tiefer gelegt, ne? Oh, f*** dich Dann guck dir den jetzt gleich mal an Der ist sogar noch ein bisschen kleiner und noch ein bisschen tiefer gelegt Okay Aber erstmal gehe ich jetzt zu Lost Customs Reparieren und ein bisschen aufbessern Packt er die Sniper aus, der Hund Alles klar, ich hab dich grad gesehen Ich hab das schwere Scharfschützengewehr Denk dran, ne? Ja, ich leider nicht Na, kommt da wieder was? Ah? Ah? Alter Kann man in den Geschäften alles kaufen? Ja Oder so gut wie alles Ja, oder so gut wie alles Kann man in den Geschäften alles kaufen? Ich will die Karame, ich will die Karame Alles klar, wie der sich verpisst, Hurensohn Nimm mich nicht Hurensohn, du Arschloch Nimm ich nicht Arschloch, du Arschloch Warte Ich komm sowieso gleich wieder, Lukas Jaja Oh ja, voll Was denn? Ich wusste doch noch in einem Haus bauen Und ich wollte mal arbeiten Woher weist denn das? Entschuldigung Ich bin unser größer Mann Ich bin mein Mann Ach du Scheiße Was ist denn jetzt los? Äh, Bruder Will mit einer Wie jünger ist die? Wie viele Jahre jünger ist die? Elf Jahre jüngeren Frau Also sozusagen noch Teenie Also noch Teenie, er ist 30 Und sie ist Ey mal Lukas Und sie ist 19 Und die wollen hier teilraten Er kriegt jetzt ein Kind von ihr Alles klar Und ja, er ist ihr Bruder Also ist Dinas Bruder Und sie ist Dinas beste Freundin früher mal gewesen Alles klar Ja Ich schaff keine Muni Du, das wolltest jetzt einsteigen oder nicht? Ja, ja Dann aber Dann aber Wenn da Jo Lass mich mal mal kurz in die Stadt oder so Oder wo müssen wir jetzt hin? Ja, ja Ich wollte jetzt in der Stadt hintan Auch hin Oder wolltest du woanders sein? Ne, ne Ich muss zur Ammonation Ich brauche Munition Oh, Shane Oh, das könnte jetzt fies werden Ich wollte gerade sagen Wenn du jetzt darüber fliegst, das überleben war nicht Heiraten und Haus bauen vor allem geht's noch Das wird abgehoben Das wird einfach abgehoben, wirklich So, zurücklehnen und genießen Ja Hier Warte mal, wo ist denn jetzt der Amu-Shop? Er ist Keine Ahnung Markieren Ja Ähm Ich finde das alles gerade ein bisschen übertrieben Von wegen zu hören Von wegen, dass die wohl direkt heiraten wollen Und so eine Kacke Geht's noch? Wird doch derjenige sein, der da nicht hingeht Dass ich so eine Scheiße anhören darf Von wegen, er ist sauer, weil sie Kacke erzählt Geht's noch? Hätte ich mal Bock drauf So, Lukas, äh, ich fahrt hier, ne? Geh mal schön shoppen Jo Können wir direkt zu Martin hinfliegen Jay, was machst du? Äh, ne Uhr aussuchen Ne Uhr aussuchen Okay Hinlegen, hinlegen Lieb sein Lieb sein Nein, du sollst jetzt nicht so schmaulen Äh, maulen Du sollst lieb sein Keine Kacke bauen Lieb sein Genau, nimm das Auto und spiel damit Auto-Fan Oh, das klappt, der wird jetzt abgeht So, ich war einkaufen, jetzt bin ich zufrieden Und go Radin, wo fährst du hin? Ja Ich muss noch mein zweites Auto gleich umsetzen Oh, fuck, verbessern Alter Ich kann's liegen Ich will den hier draußen stehen lassen Ich möchte einen mal fahren Komm aus dem Bild, ich seh den Heli nicht Ah, Kind Oh, 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 das war scheiße Oder soll ich den reinbringen? Ich guck mir den auf jeden Fall ist worden Und voran ist der geil Letzt mal rein, ich hab den aufgebessert Beschleunigung ist maximal jetzt hält das heck aber nicht das sieht aus wie so ein alien of quack weißt du nicht mal lass mich mal mit in deiner garage ich muss klingeln noch mal lukas ich wurde gerade ausgeschmissen ja weil auto die autowächse das ist jetzt aber nicht das auto schön als gar vorgedrängel ist echt so er machte mir ganzheit den ammunition alter nicht den ammunition jetzt wird mir nicht angezeigt der maul jetzt zeigt mir wieder den ammunition an und müssen verarschen warte mal jungs ich gehe jetzt eine rauchen ich stehe auf deiner garage martin war gerade so eine andeufung dass ich eine drehen soll noch so ein motor und so ne erstmal ist verbessern so fahrzeug reparieren panns hauen so das geht schon mal weg bremsen das geht auch schon weg stoßstangen guck mal mit lukas jo also ich bin jetzt vorne ne gibt einfach einmal dies alles so ist normal gibt es immer dort ich finde ich das vorletzte das ne ja ja ich auch motor und das motorblock alles klar in weiß oder in schwarz ich würde schon fast sagen in weiß oder oder willst du die autofarbe noch ändern ne autofarbe bleibt weiß mal gleich noch in eisweiß voll geil schon wieder geregnet auspuff ändert nicht viel alles klar schutz sagen die hier die spiegel oder ja heute kommt ja auch auf das vorne an weil guck mal vorne eher auf die motorhabe ja klar aber ich finde das äh also das so ja das da ja ja das würde ich sagen oder so ne würde ich schon sagen mit den drei oder das ja das würde ich sagen gut beweise schon warte mal nix sagen das ist extra für Mike schutz verliebsteine schuld prima farbe matt eisweiß so sekundärfarbe alles klar von ihnen kann ich ihnen auch noch machen ja klar das andere kann ich nicht von ihnen machen blau 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 braun 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 ocker hüftelsen wenn schon weiß dann regierbar ist ich kann ja mal gucken ob ich das kann oder meint das ist nicht alles rauchen was ist mit mir ich kann ja keine schicken ist deaktiviert ja man muss ja noch weiter die story ja du musst die einführung von it abschließen steht da jungs hier kriegt gleich mal den kleinen an der strippe ne damit er jetzt mal wieder einschläft ne 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 stina hat ihnen vorhin gezeigt wie man mit dem telefon redet irgendwie sitzt er jetzt gerade allein auf dem sofa und hat das telefon von stina die ganze zeit am ohr und redet da rein lol so lukas das ist der normale spoiler ne warte ich bin gerade in echo ja dann gibt es halt kein spoiler aber ich finde der sollte schon spoiler haben weil so sieht der kacke aus ja nur jetzt kommt auch an was für ein spoiler guck mal junior das sind die jungs hallo weiter dieser ist aber nicht dran mit stehen sagen schon fast oder ja kann man den einen dann hier auch so indoppelt und der ist auch da da gibt es noch nein das ist gar nicht oder so dran lassen oder so aber ich würde glaube ich sogar sagen so ja würde ich auch schon sagen Getränke ne nochmal aufhör aufbessern Das ist zwar schon auf maximal, aber juckt keinen. Hashtag abgehoben. Kann man sie auch mal gönnen? Reifen. Wenn ich jetzt reifen mache ich dann mal schusssicher. Ja. Die hören dir nicht zu. Reifen. Reifen. Reifenverbesserung. Schusssicher geht auch. Easy. Da gucke ich jetzt einfach richtig an. Ein bisschen was schwarzes. Reifen. 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 Und mal raus.